Wäldner nur 3584 und die Munition geht relativ schnell leer Ja lo, geile kleine Mugatschnitte Salina, Afrikaner, oh ja, oh mein Gott Oh ja, kleine geile Mugatschnitte Sooo, da war der FMS So Jetzt kann ich Hat sich erledigt Ich weiß jetzt auch warum der andere Typ hier so viel Schläge ausgehalten hat Wegen, mein, wegen Zombieschild, wenn man das auf hat Heißt man wesentlich nicht mehr aus Der soll das mal kaputt machen Ah Lobo Ich hab ihn kopflos gemacht So, geht auf eurem Ja, hi, hallo euer Diko hier Wir spielen jetzt Ja, was heißt wir spielen jetzt Wir fangen noch nicht mal an Wir sind schon längst dabei Ähm, wir haben nur grad jetzt Keine Ahnung wie viel Uhr wir haben Wie viel Uhr es in Deutschland spricht Ja, halb zwölf Erstmal Falle anmachen Ja, genau Ja, da haben wir einfach mal langweilig Ich dachte, okay, komm, machen wir jetzt noch mal schnell ein Commentary draus Wenn wir schon rund 28 sind Mal einfach so locker Ganz flockig hier Nicht kurz irgendwie große Anstrengung Ich hab noch einen Kanister So hat er eben Hammerhawk haben wir Waffen haben wir alle gepuncht Dann haben wir eben noch so nen random Spieler mit dabei Den konnte man eigentlich in einer Pfeife raufen Hehehe Ich mein, zum Schluss dann hat er sich verbessert Aber trotzdem Nur irgendwie war der echt ein bisschen nubig Und dann ist er immer gegangen Voll Susan Auf jeden Fall, wir spielen hier mit dem Lobo Und mit dem Martin Irgendwie wird das zur Stammbesetzung mit uns Weil wir harmonieren einfach zusammen Leute, laden nach, laden nach, laden nach Schmeiß einfach rein Ich weiß auch, laden nach, laden nach, laden nach Ah, holt Holts Lobo hinter dir Lobo hinter dir Wuuuuh Ich wusste es gibt jetzt Es macht jetzt nur Crawler Ernsthaft? Nur noch Crawler? Ja Wie die Nummer Ah, genau Leute, die Blendergarde Äh, ja Ohne 28 Für unspastig Normal die Waffe Nein, jetzt ist es ein wildes Welken Wenn man sie zweimal zu machen Jaaaa Die Ja, lass mich doch mal ausreden Mensch, die Blendergarde Die Die, ähm Normalerweise gibt hier ne ganzen Zeit lang One-Hit Und so weiter und so fort Und 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 ja auf jeden Fall, ähm Die gibt's Bis wann hat die One-Hit gegeben? Bis 27, ne? Jaa Ich glaube Gepunched Also einmal ein Punch-Automat geschmissen Und, ähm Ja, in dieses Aces-Gent-Kiss geschmissen Dann ist das, wie hieß die nochmal? Wilde Kräse Genau Dieses wilde Verrä... Wilde Kräse Ja, das Blümchen Gibt jetzt nur noch in 28 Zumindest Maddie gerade sagt Keinen One-Hit mehr Sondern so eine Daube Nein Auch das müssen sie an Versau Haut das Ding wo noch Crawler raus Also Die kommen nicht, die davon halt direkt getroffen werden Bekommen halt noch One-Hit Also von den Säure-Kapseln Aber die, die durch die Säure-Kapsel-Exklusion Was abbekommen, die kommen Ja Verbarrikadieren wir in dieses Drecklauch Ja Säure-Kapseln Achee Nele Robo, ich bin übelts r sö Ja dann wird das Noch Early Leber Muss vorher Bescheid sagen, wenn das разв- M Motvertraue Teil 14 und mein Lieblingsspielzeug, das Tomahawk, das Ding ist so geil ohne Tomahawk würde ich das Spiel nicht mehr spielen also weißt du jetzt auf den neuen Zombie Maps dann bei den DLCs, wer weiß wenn die rauskommt in 3 Monaten, denk ich mal, was ist denn los? ich geh mal stark von aus dann, ähm, Martin, wenn du wieder aktivieren kannst, aktiviert bitte Halleluja Boah, aber hier liefern's ein bisschen leichter, die Section ab Lauf, hier hat sich ledig Boah, da hat sich ledig, hab sie wieder alle weggezogen Achso, Lobo hat geholfen, konnte hier angeschlichen von den Verschlängeln Hey, ich hab mir das verlaut geholfen Ja, genau, helft mir doch alle, ich bin ja so ein Noob, ich hab keine Munition mehr, uah Hehehe Gibt sich an der Wand, Gott sei Dank, Thompson gepuncht also die M1927 und die AK gepuncht als Rätsel aus Rache oder wie immer das ausgesprochen wird, zum Läucher Also, also liebe Community, die Wandwaffe hier, die M19 alias Thompson ist eine sehr gute Wand Die Waffe ist geil Ja, die finanziert sich auch wieder von selber Also die Munition, diese 4500 im M19 Und was zu Ende, sagst du? Fang die Scheiße Fang das Okay Wieder mal eine Ja, irgendwie wird's langweilig, oder? Na ja, von dem Ich komm übrigens gleich zu Ich komm übrigens gleich zu euch gelaert von Muni Wац hörst du denn? Vikings Ich lass dich Bist du eigentlich? Irgendwie ein Fröshabschlumpel älvarists? Und schistischisch Für nö-nö-nö-nö Ohh, sofort Sieg Oh, alle egal Komm, ha ha aus Schuch Oha, doppelte Punkte Sofort Sieg Tomahawk ausgepackt ohne Attacke Zack, 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 zack Zack, zack Weißt du was gemeint? Wenn ich jetzt die Falle anmachen würde, dann würde ich uns alle klicken Ja, haben wir mal an, haben wir testen Und die Falle ist wieder an Das hilfreigste Spielzeug hier ever Ohne die hätten wir schon so manches Mal ins Rack gewissen Hier? Ja Ja, du stehst hier nur dahinten und spielst mit dir immer rum Toll mal Moniz Ja Leute, man muss schon sagen, also hier unser lieber Maddin, der gammelt in der einfachsten Ecke rum, während Lobo und ich hier die Hauptarbeit reißen Ja, also ich kann ja nicht mehr weggehen Ich geh hier weg und geh zu euch, ok? Ja, komm mal Ja, ich geh hier einfach nicht mehr Ich geh hier weg und geh zu euch, ok? Ja, komm mal Ja, komm mal Ja, ich geh hier einfach nicht mehr Halt mal so nach oben hoch Oder Gah Wann, Wann, Wann Ähm, Falle, 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 Falle Munition, Munition, Munition Ja Leute, ein ewiges Leiden Ihr ballert hier in Runde 29 fliegen wie die Geisteskranken Klingt eigentlich auch noch recht gut was gerissen wenn sowas nicht das Problem ist Aber... Hier seht ihr nichts Ähm... Ja... Ihr ballert irgendwie die blöden, macht eigentlich auch noch gut Damage Äh Falle, 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 Falle Ne, geht auch Oh, der hat die Luftflöcher so nicht fliegen lassen Falle Wenn der aufliegt, kann der auch nicht machen Hey, äh Keine Sau, keine Sau brauche Doch, ich mach... Mir geht gleich die Munition aus Ja, du machst ja auch Langeweile auf und so gucken, ne Oh, der kam mit DnR raus, als er wollte ich noch ganz schön Nee Äh, dann müssten wir extra wieder keine Lister zusammensammeln und dadurch auch kein Bock mehr drauf Ah Ich hab keine Muni mehr, ich hab keine Muni mehr Ich hab keine Muni mehr, ich hab keine Muni mehr, ich bin der Arsch Hi Hi Du kannst jetzt mal immer die Falle anmachen Jo, hier weg Ich hab keine Muni mehr Rawawawa Ja, der hat aber so eine Pole Lobo, du bist da alleine, ne Ich hab die Falle aktiviert, ne Ich hab keine Muni aktiviert, ne Ich muss die Zombies schlucken jetzt mehr als du, ey. Was? Die Zombies schlucken jetzt mehr als du. Hahaha! Na, kennt euch, was ich sagen? Du sollst dich mal von mir, äh, dir auf andere schließen. Ja, ok. 5, 6, 7, ich verliere den Übergang! Na gut, Multiplayer hab ich auch manchmal echt gelacht in das Treffen, nämlich für die Blöden und ich geh aber nicht down. Aber so selten wie ich noch Multi-Spiele wäre das ein wahres Wunder. Oh nein! I am down! Wäre relativ gewürzig, wenn ihr dann eventuell gleich den letzten Leben dafür könntet. Wenn ihr schlimmer endet, Köln! Viel schlimmer! Das sind jetzt so viele Leben. Gut, dass wir ein Zombie mit so einer Säurekapsel an... Habt ihr gehört, Leute, in den letzten Leben haben? Ja! Ja, ja. Hier oben ist auch noch ein langsamer. Wäre auch nett. Oha! Oh, ein schneller. Ey, was macht der Zombie denn hier? Ey, Novo, guck mal, guck mal. Novo. Hier sind zwei langsame. Novo. Guck mal hier, was macht der Zombie denn? Ja, Leute. Packs einsammeln. Ganz simple Sache. Äh, ja, vorhin mal Mission sagten mir gerade Ebbe. Aber egal. Novo, lass mal Zombies da. Vielleicht soll ich die letzte Kugel für mich reservieren. Immer schön Schölder aufstellen. Mensch. Nutten. Nutte, komm hier mit. Du bist weiblich, ne? Ja, ich bist nur Nutte. Na, warte ich jetzt. Nehm nicht mal. Vielleicht. Vielleicht. Ja, da können auch Kinder angucken. Das weißt du noch. Guck mal. Die Wörter lehren sie doch schon auf der Straße. Ist da reingeschaut oder? Ich bin jetzt schon mal bei Speedcoder. Doppelvollermals hab ich. Danach düse ich los zu unserer komischen Kirschkern-Suppe da. Genau. Coke Cherry. Speedcoder. Doppelvollermals. Coke Cherry. Van de la Cranda. Oder was immer ne Krabweiß. So. Dann sind wir hier schon mal bei Electric Cherry. Das kann man eigentlich alles ganz gut in der Runde abpacken. So. Toi, toi. Hm? Meiner ist da recht, aber. Ja, aber unser Aufzug. Okay. Die Gondel lädt auf. Die Langeweile. Die Gondel lädt auf. Die Langeweile. Scheiße. Da komm auch immer aus Langeweile. So. Die Gondel weg. Wie viele Zombies sind denn hier noch? Ja, ich hab da oben paar Zombies leben lassen. Das sind zwei Crawler. Ja, Juggernaut. Ähm. Ich turne grad eben noch hier. Ganz groß. Kratzig rum. Ja, ich habe hier noch fast 60.000 jetzt inzwischen wieder. Und so schnell geht man mal wieder runter. Ja, ich hab auch nur 68.000. Lobo spielt natürlich wieder hier. Von, von, was weiß ich, Schubladen oder so. Ja, er legt viel Wert auf 10 Punkte. 60. Oh, ich bin nur in 16.000. Ich hab auch nicht mehr lange eine Uhrlein. 29 haben wir. 35 wird hier auch mal One-Hit. Hahaha. Und was machst du dann? Ich hab gleich keine Kugeln mehr. Ey, das stimmt. Wenn wir 136 kommen, dann sind wir ja unter den Top 100. Letztes Mal irgendwann. Na, leider nicht, weil der eine Idiote rausgegangen ist. Egal, dass wir trotzdem warten. Ohhhh. Ey, hier liegen so viele Zombies rum. Ich kann nicht mehr unter schreiben. Oh, hier ist den Beinstrom. Weil ob man den auf jeden Falle sein könnte. Ey, dem wurde der Unterkiefer rausgerissen. Der kann ja gar nicht in Schock werden! Neue Runde meine Freunde! Ich hab gleich keine Kugeln mehr! Patsch, komm mal ab! Was haben wir mit dem Mittelfinger? Ey! Wir haben hier voll den Punkzombie, wenn der geschockt wird macht der Solo wo! Die gehen ab, ihr Zäpfchen! Aktiviert die Falle! Aktiviert die Falle! Ja, komm her, du hast die Punkte! Hast du auch, jetzt mach einfach, Mann! Du hast dich angekackt! Du hast mich gefragt, du hast ja jemand anderes! Ich hab viel mehr Klicks verbringen, Alter! Alles anders durch! Lobo ist da auch! Hat sich die Werte aufm Dach erschossen? Ja! Yeah! Lobo hat heute RPG gemacht! Meine Fresse! Ich bin mal gekackt! Ja! 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 Verrge in hier! Ich kann mir selbst meinen Arsch retten! Du bist nicht auf meiner Abschusslippe! Ja! Stop! No! das ist doch kein verdammtes spiel wohnung wieder eine munition Das ist ja eine schöne Scheiße. Schicke Sache. Boah, liegt hier den Scheiß vor, der die Waffe macht, ey. Vielleicht im Schild. Boah, Manni, kommst du mit helfen? Woran? Zum Schild hoch. Klar. Wenn du es schaffst. Boah, liegt das sehr. Boah, liegt das sehr. Boah, wie lustig, Herr Krieg. Boah, ich lasse keinen Verleihung in meine Nähe. Komm, vertüft dich. Na, nein. Boah, Gott. Boah, Gott. Wiedermarkt in die Schruhe, den Arsch, gerettet, ey. Boah, ich bin nicht. Ja, die Waffe ist schon hilfreich. Die Waffe ist extrem hilfreich. Ach, klar. Lobo, was machst du denn? Das war höchster Zeit. Wohin das denn? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Tropfen Wasser geschmeckt habe. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Boah, ich war grad so extrem fett am Brot. Ah, ich hoffe, das wirkt besser als es schmeckt. Man kann sagen, was man will, die Ecke ist aber nur gut hier. Bei mir auch. Ich hoffe, der Scheiß ist nicht vergleichbar. Okay, schießt ein bisschen rein, wenn es zu viel wird. Schaut mal die, aber mal beim Nachwarn, so, zack. Trifft das, ja. Tja, Leute, wie ihr seht, es ist einfach nur geil, hier unten bei den Docks bei der M1927 zu stehen, also die Thompson. Diese Wichser wollen mir wirklich ja nicht tragen. Und hat hier, so gesehen, echt Lebensvorrat an Munition. Einfach nur geil, zack, Topraum aus. So, da unten. Warten Strawler machen. Komm schon, ihr Dreckssäcke. Oh, abweilen. So. Oh, hier werden Zombies jetzt teleportiert. Woher kommen sie nur? Oh, ich verstehe nicht, aber mehr. Ah naja. Woher kommt sie nur? Woher hat sie die nur? Gesehen bei Otto. Oh, nein! Du wirst mich nicht weißen! Kennst du die Debungen von Otto? Diese Ohrringe. Woher habt ihr die nur? Gesehen bei Otto. die Schade, Poli! Boah! Lass, lass mit dem Lobo ran! Ja cool, Lobo hat's geschafft, er nimmt Turbys wieder! Ach du Scheiße! Jetzt ist der Martin auch noch raus! So, die Fische heiße ich glaube ich zu labern kann noch! Hm, das Ding kann uns ein bisschen Luft erschaffen! Wie ihr seht, das läuft nicht gespielt, das ist einfach so, wir werden normal, wenn wir jetzt... Ja, was heißt, wir werden jetzt... Lobo machst du Falle hinten, dann bleib ich hier stehen, das schaffe ich schon! Ja, Runde 30, wir sind noch zu zweit! Wollen wir mal neue Positionen kaufen, so... Das wird jetzt richtig lustig hier, Lobo, weil die Ecke ist eigentlich geil, wenn es zu viele sind, schock ich sie einfach! Takt, geschockt! Wollen wir gelachen! Soll, dahin kommen noch zwei! Pum, pum! Ich schmeiße den Euron an, Tomohawk, zack, zack, zack! Keine Munition? Das ist ja eine schöne Scheiße! Boah, wieviele Hitze der aufm Körper braucht, ne? Ah... Jawohl, Runde 30 geschafft! Das ist unser, so gesehen, persönlicher Rekord! Dadurch, dass ja auch erst die Map rausgekommen ist gestern! Ah, 25! 25 war, also... Ja doch, du warst ja auch nicht so gesehen mit dabei! Okay... Zehn Minuten früher, genau! Lobo hatten wir gestern auch schon! Mobus Red wollten wir uns aus den Freundeslisten her einfach mal einen Rekord aufstellen, sodass die anderen mal zu kauen haben! Und... Ja, Ende vom Lied war! Unser Lobo meinte dann auch mal mal mit Zeitüberschreibung spielen zu wollen! Ne, ich war mit Freeze! Er hat schön PS und Playstation Freeze gehabt! Wir fanden es alle so lustig! Er war ordentlich angesickt! Das war aber auch egal! Und... Ja, es hat einfach Spaß gemacht! Bei Lobo, stinke sauer! Wir richtig was zu lachen gehabt! Weil unser Rekord wurde angezählt! Hab keine Munition mehr! Und... Ja, Lobo ist nicht! Er wurde auf 19 gelassen! So... Und du wirst jetzt hier auf alle mal aktivieren, ne? Das Ding kann uns ein bisschen Luft verschaffen! Das ist schlecht! Scheiße! Ich bin down! Ich könnte ein bisschen Blei gebrauchen! Ich könnte ein bisschen Blei gebrauchen! Und ich bin down! Ich glaube das war's dann auch schon mit dem Spiel! Ich bin klar! Ich bin down! Ich bin down! Ich glaube das war's dann auch schon mit dem Spiel! Ehe ich nicht rankam! Aber ansonsten war's eigentlich recht cool! Ah, das war's auch noch mal! Lobo! Hahaha! Ihr habt's gehört! Der letzte Kampfschrei eines Lobos klingt wie ein abgeschroffenes Schweinchen! Hahaha! Kinder schlafen! Kinder schlafen! Ich wollt grad sagen unsere Kinder! Kommt auch mal ein bisschen zu mir rüber! Wir haben das Video gemacht! Ich hab's in die Kommentare gemacht! Was denn das Video gemacht?! Wir haben das Video gemacht! Wir haben das Video gemacht! Wir haben das Video gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020